Dort oben ist er, da oben ist er, wo, 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 wo? In der Richtung! Hinter dir! Na dann, geh weg da, geh weg da, komm mit! Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Minecraft Revenge 3! Hallo! Heute haben wir ausgemacht, dass wir gegen zwei Leute mit Full Iron kämpfen und leider wurde das in der Gruppe auch bekannt gegeben, deshalb schätzen wir, dass am Spawn ziemlich viele Leute joinen werden. Und als Sicherheit haben wir zwei Leute mit Full Deer bereitgestellt, dass wenn die anderen schummeln oder mehr als Iron haben, weil das haben sie gesagt, dass sie das haben, dass sie dann eingreifen und ja, mal schauen, was daraus wird. So, wir gehen drauf in 3, 2, 1, go. Jo. Schuhe, 5, 5, 1, go. So. Jo, aber kein Level mehr als du noch. Ja, 5. Okay. Ich war noch 4 für den Bau. Ich hab zwei Bücher noch, bringt uns was. Wirklich. Jetzt hau noch mal in der Ausbildung. Ich rufe den jetzt definitiv nicht an. Ich bin in der Aufnahme und werde von einem Pixel an. Alex, wo bist du? Alex, wo bist du? Over dir. Was willst du noch verzaubern? Ich würde auch... Bücher verzaubern eigentlich, für Protection. Ich hab noch ein Protection Buch. Okay, ja, das wär cool. Für was brauchst du's? Für Protection 2 auf der Hose. Und Herms. Wollte ich auch gerade machen, Protection 2 auf der Hose. Warte. Ich hab halt meinen Kopf nicht verzaubert. So, Alex, wir müssten dann trotzdem langsam mal losgehen. Ja, warte. Ich hab sehr viele. Du brauchst noch ein Schaden als Einschwert, nigga. Ich hab noch eins, ja. Jetzt hast du dir eine Pickaxe weggeschmissen. Weiß ich nicht, oder? Ich hab noch ein Schaden als Einschwert, ja. Du willst ja die Hose einheimen. Schaden müssen wir so an, das ist ja auch noch Binglis hier. Du musst du alles auch erzählen. Du musst du. Du musst du. Domund hat den Server. Du musst du noch wieder was anderes verzaubern. Ich hab keinen Lavern mehr, ich hab die Bücher verzaubern. Bist du ready jetzt? Ich brauch Level. Ich hab auch keine Level mehr. Alex, was willst du noch machen? Einfach aufs Protection Zweifel zaubern. Ja, dann mach Feuer, weil wir können jetzt keine 15 Minuten mehr drin rumeiern. Ja na, ist wurscht, dann gehen wir halt zu. Das wird jetzt eh Kampf ums Überleben. So komm, ich weiß noch wo lang. Pass auf, da hab ich meine Items weggeschmissen, nicht dass du reinläufst. Ja. Wie lang müssen wir? Oh, wow, 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 wow. Da liegt noch ein Helm. Wieso legt hier ein Brothelm, nice. Das ist sicher eins. Achso, den hab ich weggeschmissen. Achso, weil ich hab auf meinem Helm gar nichts gehabt. Achso, ok. Wie viele Pfeile hast du, du hast vom Bow? Ich hab kein Bow, aber ich hab 18 Pfeile. Kannst du mir die Pfeile geben? Ja, wo bist du? Lauf zum Netter-Portal. Ja, da ja. Was? Was? Wurde von Let's Domun getötet. Warte, gib mir die Pfeile. Ja, lol, wo bist du? Mhm. Wo bist du denn, ab da? Ähm, da die Pfeile. Warte? Da. Ja. Ich kenn doch Merk. Ja. Nein, komm mit, komm mit einfach. Vorsichtig jetzt runter. Eins. Guck mal. Irgendwo war doch das Portal nicht. So rechts, oder? Ja, hier ist es ja. Loool. Ready? Alex? Ja. Wo bist du? Nehmen wir. Da, ok. Ja. Erstmal essen und dann rein, ok? Ja. Und rein, hopp. Ach, scheiße. Steht wieder so scheiße. Nein, bin ich drinne. Bist du durch? Ne. Achso, ist gut. Und rein. Ja. Ich hab irgendwo mal da. Wenn da, wenn da jetzt Stormmon und Narvik sind, äh, direkt weg, ok? Ok, ja. Lass links rauslaufen. Also klar, so wie du stehst, rauslaufen. Loil. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hm. Essen bekommen wir, Brat. Ist keine Sau, Alter. Siehst du jemanden? Ne. Auch nicht. Mit dem Shade hab ich grad Glück. Mhm. Oh, da hab ich ihn nicht mehr drunnen. Doch, da hab ich ihn drunnen. Aber ich glaub, wenn's dunkel werden würd, dann würd ich ihn rausgehauen schon. Alles klar? Ich hab jetzt, wenn's wüsst, war so fast stolz. Ja, wow. Kann ich auch irgendwas machen? Nein, natürlich. Ich glaub ich schon. Warum gehst du mit dem Buch? Ich hab's schon miteinander raus. Ich hab's... Die Linie leider noch nicht, eh? Hm, nein, du bist kurz verloren. Aber das wird wahrscheinlich... da oben ist er, da oben ist er. Wo 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 wo? In die Richtung. Hinter dir. Geweckt da, geh weg, komm mit. Ja er ist dir, eher. Vor dir, das war zwei Leute vor dir. Ja dann komm weg da. Ja dann kommt weg da. Ich hoffe es zu uns glaube ich. Ja dann lauf weg. Die sind in zwei Minuten unten, deswegen einfach nur zwei Minuten wegrennen. Der war keine Sau ey, doch da fuhlt ihr beide weg. Ja, ist neben mir? Ja. Was ist denn die Gefühle? Ja, gegen die fight ich nicht, vergiss es, war nicht ausgemacht. Alex, bleibst du bei mir? Ja, okay. Ja, komm, geh lang hier. Ich muss essen, ich muss essen. Ja, kann ich machen. Ja, kann ich machen. Sticken dabei ist nicht. Stopp. Zwei Minuten wegrennen, das können wir gut. Haben wir fast nie gemacht. Wir haben gesagt, wir fighten gegen die und nicht jemand anderes. Geh drüber, komm. Ja. Ja. Lol, so ein paar Lappen, Alter. Wir sind nicht mehr hinter uns, oder? Ich glaube nicht, oder? Ja, lass mal hier hoch bauen, auf dem Baum. Ja. Ja. Ja, der dichte Wald da ist ja ziemlich heavy eigentlich. Das ist eine Kuh. Jeder. Hey, ist doch gerade ein Baum. Kuh im Baum. Ich glaube, dass es kein Pilz-Kuh ist. Ja. Ja. Ja, mach nur mal. Ich passe auf. Sneaken aber dabei. Alter, geht ja nicht, wenn du zauberst. Zauber. Und wir auch fahren. Oh, Level 2 ist perfekt, oder? Ja. Also. Ja, wäre schon gut. Da ist doch eine Kuh drin. Ja, das ist jetzt. Wir sind hier. Wir kommen hier. Ja. Ja. Wir sind hier. Wir kommen hier. Ja. Siehst du mich? Ja, ich bin hinter dem. Ja, du bist ein bisschen Level-Farmer, ne? Ja. Alex, Alex. Komm her, komm her, komm her. Hinter dem Baum sah auch so aus, als wenn sie gerade eine Kugel schlagen hätten. Da war keiner. Sinnloseste Folge. Hm. Jetzt stehen wir hier blöd rum und gucken. Ei. Ja, warum nicht? Jetzt stehen wir in der neunten Folge hier rum und gucken, blöd. Ja. Ja. Da ist doch voll. Das ist lustig mit dem. Ja. Wolf-Place wurde zu Funky LP teleportiert. Hä? Hä? Das war jetzt sinnloseste Aufnahmesession ever. Das war jetzt sinnloseste Aufnahmesession ever. Einfach nur so sinnlos, waah. Das ist so alt. Ich kriege einen Leer, ich kriege einen Leer auf und so gut. Wollen wir 2 gegen 1 gegen den machen? Wir müssen eh nächste Folge folgen. Oder? Na komm lass drauf. Wir müssen nächste Folge sowieso fighten. Ja stimmt eh. Ob wir da jetzt hier drauf gehen oder nicht. Aber die sind ja hier vor dir. Ja ja deswegen ja, unverzaubert auf Brod 1. Warte ich kann mir noch ein Buch machen glaube ich. Ich habe jetzt ein Bot 1 Buch noch, aber ich kann es nicht verzaubern glaube ich. Ich habe auch keine Level mehr. Oder? Kommt schnell. Komm wir gehen mal spawnen, komm mit. Ja warte ich versuche noch ein Ding. 2 Kosten. Aber Level 2 müsste sein. Ja komm. Abbau und spawnen. Ah du hast Eisen oder was. Hey eher mal Eis. Welches Level hast du? Steve? Ich? Ich habe überhaupt keine Level mehr. Ok. Ja dann mal du das Eisen. Hoppern. Nein. Als ob sie gegen Voodier kämpfen wollen. Warte. Warte kurz. Wo bist du? Oder? Sand ist den zwar mit dem hier. Als ich Opfer aufredet habe. Nein. Die wurden von den anderen 2 weggeklatscht. Achso. Wäre cool gewesen gegen die anderen 2 aber. Fakt. Aber der hat ja gesagt die stellen sich nur daneben. Warum sind die drauf? Weil da vorne spawnen. Pass auf. Der klatscht. Also nachwächst klatscht mich easy alleine. Easy. Das ist ein PvP Spezialist. Ich sehe aber auch keinen. Ja ist egal kommt drauf. Auf in den Tor. Ja. Ist mir jetzt auch wurscht. Weil ob wir nächste Folge jetzt fighten oder nicht. Ja macht etwas keinen Unterschied. Wupp. Sind eh raus. Weil wir haben nur die ja Brust. Ja mit den Diamanten haben wir keinen Klick gehabt ne. Bist du hinter mir? Ja. Hinter mir. Da ist er ja. Kuchen essen. Vorsicht. Loll da ist noch einer dahinter. Wer ist das? Südenschädchen raus. Weg weg. Es sind wieder 2. Hier. Lol. Die kommen schon ja. Ja ja. Sind aber zu zweit. Lol. Lass hier in den Wald und dann fighten. Ist egal. Was ist? Komm her komm her komm her. Ja. Richtig rum fight. Scheiss drauf komm. Echt? Ich bin jetzt schon viel zu viel down oder? Ja scheiss drauf. Alter 100% hin. Lol. Vergiss das ja. Ja was soll ich da machen? Domun raus aus dem Projekt. Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Echt. Echt. Das ist echt ein Witz. Weil Domun sollte eigentlich raus sein. das stimmt ja. Ja ich war ja schon Half-Life durch die Bögen und die waren voll dear. Da habe ich ja keine Chance gehabt. Somit haben wir den Platz 7 erreicht. Was eigentlich ziemlich cool ist bei 29 Teams. Wir hatten ja eigentlich keine Chance im Teamfight. Weil sie waren voll dear und wir nicht. Und eigentlich wollten wir gegen die Iron Leute kämpfen und dann noch etwas farmen. Dann hätten wir ja auch nachher eine Chance gehabt. Aber wir hätten ja sowieso in der 10. Folge, also in der nächsten Folge kämpfen müssen. Also hätte es eigentlich keinen Unterschied gemacht. Danke fürs Zuschauen. Falls es dir ohne Gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch bei Stevie vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.